Ich habe meine Brille nicht auf, ne? Wieso habe ich das nicht mal bemerkt? Ich habe die ganze Zeit lang gedacht, ne? Aber dann... Aber gut zu wissen, was ich habe ohne Brille. Guck mal, was ich für eine richtige Brille habe. Bleib da stehen, das ist rot. Wir dürfen uns jetzt vorknasten, schön einlenken. Bleib da stehen und blink auf links. Dann kannst du ruhig zügig drüber. Weil viele tasten sich dann jetzt immer hier schön langsam vor, brauchen wir nicht. Wenn wir grün haben, hat der Querverkehr rot. Also von vorne kann keiner kommen. Zügig drüber. Dann nochmal einen Schulterblick und... Ja, ich bin auch ein bisschen schlecht zu verstehen, ne? Was? Das war schlecht, da wusste ich, dass es nicht aussieht. Dann noch kurz rein. Trotzdem nochmal einen Schulterblick. So, Passage haben wir geschafft, den Durchatmen. E-Bike nur 5.390 Euro. Das ist ein Schnappchen. Das ist ein Schnappchen. Da kann man nicht nur 2 Autos verkaufen. Die sinken in uns. Das ist ein Schnappchen. Das war schön. Das ist so schön, was wir jetzt bekommen. Nein, nein, nein. Ich bin schon mal schön. Ich bin schon mal so. Ja. Bis zum nächsten Mal.